Man kann ja nur besser werden, ne? Eigentlich wollte ich mich schminken, Leute. So, ich hätte mich eigentlich nicht abschminken sollen. Aber irgendwie sehe ich mich jetzt nicht mehr... Naja. Jetzt müssen wir auf mein Nest-Opfer warten. Ich bin hier, also nur für eine Stunde. Ich finde, das geht eigentlich noch voll. Also, ich hätte gedacht, dass ich... Es ist in Ordnung, wenn ich dabei live bin. Ja, nur weil andere dich sehen, deswegen... Oh, das mache ich nicht. Kann ich auch mal das anders sehen. Ich bin hier, ich bin hier. Ich bin hier, ich bin hier.